Im April beginnt es, in den Staudenbeeten überall zu treiben. Besonders die Funkien, die durch ihre großen und vielfältigen Blätter beliebt sind, werden zum Blickfang. Diese Blattstauden sind pflegeleicht und relativ schnellwüchsig, wenn sie an einem geeigneten Standort gepflanzt werden. Die Pflanzen stammen ursprünglich aus Asien, kommen aber mit dem mitteleuropäischen Klima hervorragend zurecht. Ich habe bereits viele verschiedene Arten in meinen Beeten, die bereits kräftig austreiben. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Neupflanzungen, denn man kann gut erkennen, wo noch Bereiche frei sind. Kompakt bleibende Arten eignen sich hervorragend für die Randbepflanzung im Vordergrund von Beeten. Es gibt jedoch auch sehr große Arten, die im Hintergrund eine tolle Wirkung entfalten. Bevor es an das Pflanzen geht, muss noch das passende Substrat vorbereitet werden. Funkien mögen lockere und humusreiche Böden. Daher verwende ich Kompost als Basis, den ich mit ein bisschen Braunkorn und Perlit zur Auflockerung vermische. So ist in nächster Zeit für genügend Nährstoffe gesorgt und die Erde wird sich durch das Perlit nicht zu stark setzen. Alles wird durchgemischt und dann kann mit den Pflanzen begonnen werden. Ich werde mit den neuen Funkien einige Lücken in der Randbepflanzung im Vordergrund des Beetes füllen. Nachdem eine passende Stelle ohne Bewuchs gefunden ist, grabe ich mit einer Handschaufel ein Loch. Ich gehe dabei vorsichtig vor und lasse mir Zeit, da es nicht ganz auszuschließen ist, dass es noch Nachzügel in den Beeten gibt, die noch nicht ausgetrieben sind. Die Erde ist an dieser Stelle recht kompakt und auch dicht durchwurzelt. Es ist also wichtig, hier mit frischem und lockerem Substrat nachzubessern. Wenn das Loch groß genug ist, um den Wurzelballen und rund um ihn herum ein paar Zentimeter neues Substrat aufzunehmen, lockere ich die Erde auf, damit das neue Erdmaterial besseren Anschluss an die Beeterde bekommt. Funkien bilden Rhizome, aus denen sie austreiben. Zwar gibt es auch feinere Wurzeln, aber die wachsen nicht sehr dicht. Daher lässt sich der Topf sehr einfach entfernen und es ist auch nicht nötig, den Wurzelballen aufzubrechen. Da er sehr locker ist, passiert das automatisch, wenn das Pflanzsubstrat in das Loch gefüllt und angedrückt wird. Das Loch wird bis knapp unter die Beethöhe aufgefüllt. Als oberste Schicht wird noch der Aushub über der Pflanzstelle verteilt. Den Rest davon verteile ich gleichmäßig in der näheren Umgebung. Dann muss nur noch angegossen werden. Ich sammle für die Bewässerung Regenwasser, das allgemein besser pflanzenverträglich ist als das recht kalkhaltige Leitungswasser meiner Region. Allerdings sind Funkier nicht empfindlich und können durchaus mit Leitungswasser gegossen werden. Wichtig ist, dass man nach der Pflanzung ordentlich angießt. Das neue Substrat soll sich mit dem Boden verbinden und die Wurzeln sollen gut umspült werden, um Lufteinschlüsse zu verhindern. Die anderen Funkien werde ich auf die gleiche Art an unterschiedlichen Stellen pflanzen. Ein schattiger bis halbschattiger Standort ist ideal und wenn man für eine halbwegs konstant feuchte Erde sorgt, werden die Pflanzen schnell wachsen und im Sommer Blüten bilden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017